er liebte ich bin hinter dir gewesen ob er froh und ja auch drüber reichen wo nahe auch bei den scheiß jungen geil oder lassen lächeln er hat die stelle anzustände ich lasse mich mal vorlaufen und du erinnerst mich zu einem Lohn ihr was mit mir ja und zuvor laufen du Lappen du ich kann meine Taschenlampe nicht ausreden hab ich dir ausgerutscht du musst aufhören zu laufen du erschöpft damit die leise leise vor allem dann wird die in dunklen da ist er nicht geht nicht an ich kann mich nicht bewegen aber nicht kann jemand sagen ich weiß nicht in welche richtung ich laufen soll ich habe verlaufen in der dritte irgendwie will ich nicht in diesem Traum ja ich weiß auch nicht es ist gut es hat das hier guck mal diese dinger müssen wir finden was ist denn ich habe ich habe eins oh die scheiße jungen das ist ein riesen monster Ey guck mal was da Leben hat Eva folgt ein Monster Dieses fette Monster hat meinen Arsch gegessen Ich geh in diesen Gang rein Eva Ich hab Schluck auf Nein ich will Bleib hier Ich hab keinen Bock Ich hab gehört, dass wenn man stehen bleibt, dass die Monster einen dann umso mehr finden Echt jetzt? Warte auf mich, du Hund Junge ist weg, du Hund Bleib stehen Der ist so Kugel Nick, bleib doch mal stehen, du Hund Ich hab Angst Ja ich auch Junge ist Nick, hast du mal den Ausgang gefunden? Nein, man muss erst die Rohre finden Scheiße Kann das sein, dass das Wasser einen umbringt? Nee, das macht dich nur so ein bisschen Oh, ich hab noch eine Rolle Schuppel, wo bist du? Wie dreht man die Räder? Keine Ahnung Ja Drück mal drauf und dann Keine Ahnung Du bist nur heil von den Truppel, ich sterbe Truppel, da kommt Monster Truppel, ich sterbe Truppel, sag mal Truppel, ein Monster, komm weg da Oh fuck Scheiße Truppel, ein Monster Ich hab's auch bemerkt Ich hab's auch bemerkt You are dead Do you wish to respond? Yes Truppel Oh, ich hab'n Pfeil Snack Nein, guck mal Nein, guck mal Nein, guck mal, guck mal Lass mich stehen Guck Hallo Alter Ich glaub' diese Rechnung ist richtig Ja, ich werde nicht sagen, aber hinter dir ist ein Monsterleben Ja Alter, 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 nochmal Ah Oh shit Wo ist das? Ich hasse diese scheiß Spaghetti-Mann Getti Oh, ich mag Getti-Mann Kann man den essen? Ey, lass uns den essen Ey, das ist was rotes Nein, 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 nein. Ekuppi, ich habe einen roten Knopf gefunden. Drück dir die Hilfe. Ich bin hier selbst und werde verfolgen. Da ist ein Ding, da ist ein Rad. Ich habe ein Rad. Das Regierung hat intrigierendалась. Aha! Ja, ich hab den Ausgang gefunden. Aber du, aber wir müssen erste Räder komplett aufdrehen. Ne, ne, such dir mal die Räder, ich geh schon dem Ausgang raus. Er wird gefressen. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh hi! Oh shit! Oh no, oh no, oh no. Oh no, no, no! Oh mein Gott! Ich hab mich gerade anschaue. Ihr solltet ein bisschen langsamer laufen und nur rennen wenn ihr's nötig habt. Ich hab's gerade noch nötig gehabt, das stand genau vor meiner Frise, Digga! Oh hier ist eine Bank, hier können wir uns ausruhen. NEIN! Alter was ist das denn?! Da hinten wo ich gestorben bin, da ist grad... Snack, wo willst du hin? Ich hab noch ein Leben, Alter. Ich renne gerade weg, weil da ein Monster war. Oder ist? Ein Monster? Es gibt doch keine Monster. Ich hab noch ein Leben. Ich hab einen Eratz gefunden. Oh! Snack, der rollt gerade mit seinen Armen hinter dir her. Echt jetzt? Hier, Mama! Haben wir uns gemerkt, wie viele Räder wir schon gedreht haben? Nein. Boah, ich drehe am Rack, ey. Hallo! Dieses scheiß Monster könnte überall sein. Ja, überall. Hallo. Das ist hinten bei Snack. Stopp, wo bist du hier? Mama, bitte töte mich nicht! Okay. Ich hab einen Rat gefunden und töte mich diese hässliche Piet. Ich hab auch einen Rat gefunden. Was ist denn? Ich hab nur noch zwei Leben, ey. Ich hab gar kein Leben mehr, Alter. Ich hoffe, du stirbst. Halt die Klappe. Das ist mein letztes Leben. Ich hab noch drei Leben. Ja komm, Leven, wir stellen jetzt alle in den Raum und du machst es für uns. Allmal im Ernst, wie viele Räder haben wir schon gedreht? Vier. Ich hab nämlich zwei gedreht. Ich hab zwei gedreht. Da begegnen mir einfach dieses hässliche Monster. Kann man das hier drehen? Nee. Ey, man kann ja nicht mehr entkommen vom Monster. Kann man. Das ist aber ein bisschen schwer. Ja. Nur ein bisschen. Ja, ganz bisschen nur. Ja. Richtig. Das ist so eklig. Das ist so eklig, wenn man gerade vom Dings kommt, ne? Also gerade vom, wie heißt das? Vorm Wasser? Jetzt. Jetzt sind alle weg. Wo seid ihr? Ich suche gerade die Tür. Ich will gucken, ob ich schon auf ist. Ob wir schon genug Räder gedreht haben. Ob wir schon genug Räder gedreht haben. Ob wir schon genug am Rad gedreht haben. Ich suche gerade noch ein Rad. Ey, Üge, Mati hat schon das Rad gedreht und blau ist. Das war, äh, Dings. Ich glaub, das war, ähm, wie heißt das? Eine Sackgasse. Interessant. Es gibt noch ein braunes, äh, was gibt es noch? Da wo das Monster Campen tut. Ein Monster ist bei mir. Echt jetzt? Dich im Ernst, Digga. Dann würde ich sagen, einer stellt, einer macht die Lockvogel. Und das ist Snack, ne? Nein, du hast kein Leben. Also ich darf nicht mehr sterben. Guck mal, ihr müsst hier durch. Und dann rechts. Und dann ist da ein Rad. Da links mein Rad. Das ist nur noch ein Leben. Ja, okay, warte. Ich pfeife. Ich pfeife. Leute, bleibt dir stehen. Ich pfeife ein bisschen. Wo ist das Rad? Links hab ich gesagt, nicht mehr richtig. So. Ich glaub, das Monster hat mich schon wieder gesehen. Das Camp war so wie ein Drecksfies, ne? Das ist der andere. Weglauf, lauf, 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 lauf. Weglauf doch, Digga. Wer ist genau vor deiner Fresse gewesen? Guter, er kommt gerade, Digga. Er kommt gerade vor deine Fresse. War nicht bei mir oder was? Ne, wir müssen noch mehr Räder drehen. Ja, einen hat Snack noch gefunden, irgendwie hat er so. Ja, die Tür ist auf, die Tür ist auf. Ja, wo ist die scheiß Tür? Digga, das Monster hat mich fast mit rechts weg. Kann man in den Ausgang gehen? Oh, das Monster ist hinter mir. Oh shit. Angst. Warte, irgendwo hier an der Wand war das. Jetzt muss man hier diesen Bogen laufen. Digga, ich bin an der Sackgasse. Leute, ich bin an der Sackgasse. Wer ist das? receives . ответ